Hier ist Around the World Flug XXL. Wir erbitten Stadterlaubnis. Hallo Around the World. Ein schöner Tag für einen Rundflug, würde ich sagen. Das zweite Spiel mit. Die Sicht ist gut. Von unserer Seite gibt es keine Bedingungen. Die Stadterlaubnis ist hier mit enthält. Wir wünschen einen guten Flug und genießen Sie die Aussicht. Vielen Dank. Dann wollen wir den Vogel mal in die Luft heben. Verehrte Gäste, wir haben unser Geruch und der Tor teilte uns mit. Das war eine wundervolle Aussicht, haben wir uns beratet. Also, gut festhalten. Wir heben und ab und begeben uns nun auf die Flughöhe von 80 Meter. Oder weniger. Oder weniger. Obwohl, ich denke, eher weniger. Wenn man jetzt hier auch einen periode sehen soll, dann wird es hier auch noch gefolgt. Danke. Ich sage euch, dass ich jetzt hier irgendwo auch noch geholfen. Wie ist das hier auch noch? Alles Gute ist heute heute. 5 Lampen auf dem Alltag. 4 Lampen auf dem Auto fliegen. 5 Lampen auf dem Auto fliegen. 4 Lampen auf dem Auto fliegen. 4 Lampen auf dem Auto fliegen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR